Hallo, so. Heute ist das Egg-Festival. Oh mein Gott, heute ist Zahltag, Alter. Aha, 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 aha. Eat a porsche, no. Aha, 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 aha. Nein, 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 keins essen. Nein, keins essen. Do not eat. Alter, fett. So. Scheiße, und heute kann ich nichts kaufen und einpflanzen, gell? Oh, das gibt fett Kohle, man. Miau. Kann ich eigentlich in die Stadt jetzt? Festival Spring Center, come back later. Wenn ich wüsste, wann das anfängt. Scheiße, jetzt kann ich nicht mal angeln, oder was? Ja doch, aber dann muss ich nach Bagdad runterlaufen. Ah, wir könnten eigentlich... Wir könnten eigentlich... Bisschen Holz hacken. Und ich glaube, wir brauchen viel Holz zum Bauen. Ja, ja. Zack, tack, tack, tack. Äh, ups. Scheiße, ich weiß noch mal, wo man Keule her... Äh, Kohle herkriegt. Okay. Egg Festival. Können nachher weitermachen. Egg Festival, wuhu. Der Kleine noch. So. Egg Festival. Wuhu. Wuhu. Cool Shop. Strawberry Seats. 100 nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist ein zweites Feld. Ja, das reicht erst mal. Die kann ich glaube, für teuer Geld verkaufen. Das ist ein zweites Feld. 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 Hey, alles klar. No one really talks to me. I just come for the deviled eggs. Okay. Hey. Even with my battle egg, I never miss a town festival. Das ist ein zweites Feld. Leuchtet ein. Muss jetzt hier rum. Sometimes I'll hide an egg too well, and no one finds it. Well, until summer rolls around, then the hot air starts to bring out the rotten smell. Cool. Abby's always loved the egg hunt, ever since she was a tiny girl. Spring is a busy time of year, so it's nice to have a day off to catch up with friends. I put something nice into the punch. Okay. Is there any more food? I hope everyone's enjoying the food. I've been cooking for days to get everything ready. Fried eggs, boiled eggs, poached eggs, stifled eggs, scrambled eggs, chocolate eggs, you name it. Na, klasse. Hallo. I always look forward to these gatherings. It makes the valley feel like a real community. The children have been looking forward to this festival for weeks. Hi. When does the egg hunt start? I'm so excited! I hope I can find some eggs before Vincent takes them all. Egg, what a strange thing to eat. That's just between you and me, kid. Ah, cool. I can only talk with everyone. It makes everything easier. Hi. I've been up since down... Coloring eggs. It's always my favorite part of the season. Yeah. Vincent loves this festival. It's a joy to see him so happy. Mmm, this free punch. Unusual good. Taking breaks from work can make you more productive in the long run. Oh. Ask it here. Oh, my dose. Allergies. Searching for eggs is like going on a treasure hunt. We used to do a rotten egg toss. Major Lewis put an end to that pretty quick. Ich weiß nicht wieso. Oh. Eggs definitely have a place in the well-balanced diet. Mm-hmm. I try to eat at least three eggs every day. This festival is all right, but what I'm really looking forward to is the flower dance. Okay. What's everyone so happy about? Mm-hmm. Eggs, eggs, eggs. Der ist geil, ich schwör. This festival has been a traditional force for as long as I can remember. Tradition connects us with both the past and the future. It's comforting. Yeah. Geh mal sauf in den Saloon, oder was? Zu. Haben wir eigentlich jetzt mit jedem geredet? Wir haben jetzt natürlich kein Quest-Ding. Major. Ah, da. Marnie. Willkommen zum Egg-Festival. Komplimente zu meinem wunderbaren Brot von Händen. Jo, ich kaufe bald ein paar Sachen bei dir. Ein paar Viecher. So, wollen wir mal mit der Egg-Hunt beginnen? Oh, lass mich gerade noch einen Schluck trinken. Jo, Luis. Do you think everyone's ready for the Egg-Hunt yet? Mm. It's time for the highlight of today's festivities, the annual spring echo and... Yay! Calm down now, kiddos. You're going to need all your energy if you hope to find the most eggs and take home the exclusive prize. Now, is everyone ready? Let the aircon begin. Let's get ready to rumble. Woohoo. Diddle-diddle-diddle-diddle-diddle. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Da ist eins. Ah. Eins. Schnell. Da ist noch eins. da war da da schau eins und da scheint da unten schau eins da scheint ich will gewinnen mein gott ich will gewinnen ich will der allerbeste sein nein wow look at all these eggs now if only i could get you kids to pick up little things affectionately we'd have the cleanest town the side of the gem see and now the winner of this year's egg hunt abigail here's your prize abigail enjoy well that's it for this year's egg festival thanks for coming everyone aber und jetzt dein ernst ich kann erdbeere einpflanzen aber es ist nacht ich kann erdbeere einpflanzen ich glaube ich habe zu wenig gekauft ja ich habe zu wenig gekauft boah erdbeeren alter fett das gibt bestimmt fettkohle ich meine die sind auch im green life teuer also hallo so ein bisschen holz haben wir auch noch geholt habe ich die gegossen jetzt habe ich sie gegossen so irgendwas zum verkaufen nö defense humanity ah ringe kann ich bauen zum consideration of negative status effect in half aha cool was ist das eigentlich keine ahnung katze katze schlaft katze schlaft katze schlaft katze schlaft katze schlaft ich würde fast sagen wir gehen noch eine runde ja das machen wir noch eine runde in dinge chopper ohrs suchen level farming watering can professor die hohe professionelle new craft nötige stone fence mayonaise maschinen ein sprinkler cool oh das gab gut geld ja wir brauchen aber noch geld wir können uns ja schon mal das silo bauen lassen wir können die geode mal brechen lassen perfekt das machen wir jetzt wir kriegen sogar noch ein bisserl kohle wobei na komm was so ah ne ich dachte gerade so unsere erdbärchen können wir einen sprinkler bauen ein iron bar okay oha oh copper copper ohr oh der dedy hat mich mal drauf hingewiesen das heißt ein hubschrauber steuern ja entschuldigung copper ohr besser du gescheißer du elendiger ah die dinge will ich jetzt auch nochmal im inventar haben äh ne die will ich nicht im inventar haben ja so gucken wir mal was wir alles anstellen können vielleicht bauen wir uns noch ein Feld das wäre eigentlich cool wenn es regnet gehen wir mal wieder weg und ansonsten tun wir jetzt mal überbrücken mit angeln und sowas so haben die schon offen 8 uhr jetzt müssten sie offen haben als allererstes gehen wir mal hoch ja Äh, erst um neun. Gut, dann angeln wir halt noch. So. Na komm. Aua. Jawoll. Äh. Beiz. Braucht kein Mensch. Jetzt können wir auf jeden Fall einen Fisch mal verklopfen. Hi. Shop. Was gibt's in einem Shop? Stone und Wood kann ich kaufen. Ne, ne, ne. Das fall ich nicht nochmal rein. Upgrade Haus? Oh, 10.000. Ne. Clay brauche ich. Chopper Boss. Hm. Build? Ne. Ich brauche Clay. Jetzt wo kriege ich Clay her? Ich glaube ich weiß es mit meiner. Mit meiner Hole kriege ich Clay. Oder etwa nicht. Nee. Strange. Ah, jetzt habe ich meine... Ah, ich nehme mal meine Irons mit. What the fuck, was war das jetzt? Ja, ich nehme mal mein Iron Zeug mit, oder? Leak! Ah, ich habe mein Iron Zeug dabei. Ich weiß aber nicht, wie viel der will. Äh, warte, das will ich verkaufen, das will ich verkaufen, das will ich verkaufen. Nene, weg mit, weg mit, so. Ah, jetzt ist die Folge auch gleich schon wieder rum. Ja, geben wir mal Kohle. Ah, Mann, hey. Okay. Na komm. Ja. Das dauert echt lang. Fünf Ohrs. Ah, okay. Ah, gut. Eichhörnchen. Ah. Ah. So. Oh, ich überziehe wieder leicht, gell? Gehen wir erstmal zum Museum und spenden. Tada. So. Gehen wir hoch zu dir. Ja. 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 Ja, hau mal, hau mal auf hier. Stein, okay. Jobberohr. Perfekt. Was ist das? Smaragd. Okay, cool. Hey du. Upgrade Tools. Äh. Äh. Da brauchen wir also Geld. Museum. Jo, ich hab noch was zum spenden. Aha. So. Das ist die Kinne auf. Boah, was lerne hier. Scheiße. Ich würd sagen, das war ein Griff ins Klo. Ich hab gedacht, vielleicht könnten wir was. Ah. Ich dachte, maybe we can, aha. Ah, vielleicht kann ich jetzt eigentlich mal gucken, was die verkauft. Das wär jetzt echt toll. Hi. Hi. How is the weather? Good. Hoi. Animals. Okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Okay. Also könnte man in der nächsten Folge entweder angeln oder angeln und, äh, ach, keine Ahnung. Ach, ich weiß es selber nicht. Ich bin grad so. Ah. So. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Es war blöd von mir, die Erdbeeren zu kaufen. Und dann kann ich mich mal fahren. So. Gut. Und dann einfach mal auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.